Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid. Es freut mich sehr. Es ist ja relativ früh heute am Sonntagmorgen. Anscheinend gibt es hier keinen Moderator oder keine Moderatorin, aber das macht ja nichts. Wir kriegen das auch alleine hin. Gleich vorab noch der Hinweis. Hallo. Sie können gerne Zwischenfragen, wenn Sie zwischendurch Fragen haben. Ich habe ja hier nicht ohne Grund ein Plädoyer angekündigt. Das heißt auch, dass ich ein paar Dinge erzählen werde, die Sie mit Sicherheit noch nicht gehört haben. Von daher gerne Zwischenfragen. Meine Idee ist sowieso, dass wir über das Ganze ein bisschen ins Gespräch kommen. Können Sie mich alle gut verstehen? Ja, wunderbar. Okay, was habe ich heute vor? Ich würde gerne aus meiner Sicht ein paar Dinge sagen dazu, was digitale Zugänglichkeit eigentlich derzeit bedeutet und welche Mängel es da gibt. Dann meine Idee von Open Accessibility als prinzipielle Lösung vorstellen. Einen ersten Schritt in diese Richtung, nämlich das Evaluationsprojekt, dessen Leiterin ich in Bremen bin und dann eben genau die Frage stellen, die mich total umtreibt, nämlich ob überhaupt und wenn ja in welcher Weise das eine Hilfestellung für die Open Source Communities sein könnte. Vorher ganz kurz zu mir. Mein Name ist Irmeltro Galla. Ich bin schon seit ewigen Zeiten immer irgendwie im Open Source freie Software Bereich unterwegs, allerdings in der Regel als User beziehungsweise Power User teilweise auch so bei Hilfen, also deutschsprachigen, manchmal auch englischsprachigen Hilfen. Und mein Thema war und ist die letzten 20 Jahre Digitalisierung und Arbeit. Also welche Auswirkungen hat eigentlich dieses ganze Digitalisierungsgeschehen auf Berufe, auch auf Qualifizierung und so weiter. Und bin mittlerweile gelandet am Institut für digitale Teilhabe. Das habe ich zusammen mit zwei Kollegen letztes Jahr gegründet. Das gibt es seit eben Januar letzten Jahres an der Hochschule Bremen. Das ist ein interdisziplinäres Institut, angesiedelt tatsächlich am Fachbereich Informatik. Aber von den zwei Professoren, die bei uns in der Leitung sind, ist der zweite im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften angesiedelt. Und wir machen Projekte letztlich mit allen Fakultäten. Unser Ziel, digitale Teilhabe für alle. Alle dreimal unterstrichen, kursiv gestellt und so weiter. Wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und so weiter liegt. Was uns ganz wichtig ist, da das letztlich auch das Thema meines Vortrags ist, wir wollen gerne eine Brücke zwischen Anwenderinnen und Entwicklerinnen bilden. Und uns ist dabei aber auch klar, dass Entscheiderinnen, die ja nicht unbedingt identisch sind mit Anwenderinnen und Anwendern, dabei eine ganz große Rolle spielen. Damit bin ich schon, sage ich mal, bei meinem ersten Punkt. Was ist aus meinem Wohl liegen bei der Frage der digitalen Zugänglichkeit, also der Zugänglichkeit aller möglichen digitalen Devices von Software und so weiter, auch des Internets, die Mängel? Ja, das bisherige Verständnis, insbesondere in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, fokussiert auf die Barrierefreiheit von Webseiten und vielleicht noch Dokumenten. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle, die Sie hier sitzen, davon schon mal was gehört haben, vielleicht sogar in dem Bereich tätig sind. Das hat einfach damit zu tun, dass es in dem Bereich tatsächlich eine gesetzliche Verpflichtung zumindest für die Webseiten öffentlicher Stellen gibt, dass Sie barrierefrei zu sein haben, was immer noch nicht der Fall ist, also keine Frage, aber das gibt es eben schon ein paar Jahre. Das führt auch, also ich sage mal, dass wir da nicht weiter sind, hat auch damit zu tun, dass die gesetzlichen Grundlagen nach wie vor eher schwach sind. Also die könnten deutlich besser sein. Es gibt zwar jetzt aktuell eine zweite Verordnung, die, sage ich mal, auch in die sogenannte Privatwirtschaft zu mehr Barrierefreiheit verpflichtet. Die Umsetzungszeit ist aber sehr lang und die Durchsetzung schwierig. Insbesondere in der Pandemie wurden sehr viel mehr und sehr viel weitere Mängel erkannt als nur, in Anführungsstrichen, nicht barrierefreie Webseiten. Und das betrifft zwei Perspektiven, zwei Sichtweisen, zwei Stränge, wie auch immer Sie das sagen wollen. Das eine ist, dass da sehr, sehr deutlich wurde, da einfach durch diese Zwangsdigitalisierung in allen Bereichen, dass auch alle Arten von Desktop-Software und alle Arten von Systemen oft nicht barrierefrei, meist nicht mal barrierearm sind. Das betrifft ganz stark auch die Online-Kommunikation und Kollaboration. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch schon mal einen anderen Vortrag von mir gehört. Ich bin ja seit Jahren mit dem Thema Barrierefreiheit von Videokonferenzen und insbesondere von BigBlueButton unterwegs. Das fällt also auch darunter. Das ist nämlich ganz, ganz schwierig, insbesondere für Menschen mit Hörschädigungen, so wie ich, oder auch für neurodiverse Menschen. Da ist kaum eine gleichberechtigte Teilhabe möglich. Und die Pandemie hat auch gezeigt, dass es noch ganz viele weitere Mängel bei IT-Systemen generell gibt. Das sind so Dinge wie digitale Partizipation. Also es gibt ja zunehmend Systeme, mit denen nicht nur auf kommunaler, auch auf Landes- und auf Bundesebene Beteiligungsverfahren digital durchgeführt werden. Auch die sind ganz oft nicht barrierefrei, sondern ehrlich gesagt kann man davon, also man hat da an Barrieren oftmals überhaupt nicht gedacht. Und ein anderer Punkt, der auch ganz wichtig ist, es gibt so einen zunehmenden Trend zum Remote-Arbeiten. Klar, natürlich verteiltes Arbeiten, Homeoffice und so weiter, das ist das Stichwort. Aber es gibt, was ich hier meine, sind diese Serversysteme, an die oftmals man dann angeschlossen wird, sodass also der Client nur noch wieder ein dummer Client ist und alles andere findet auf dem Server statt, eben um das Remote-Arbeiten zu vereinfachen und auch verständlicherweise die ganze Wartung der Systeme und so weiter, führt aber zu ganz neuen Problemen bei der Frage Barrieren, Barrierefreiheit. Das ist so die eher technische Sichtweise, also wobei treten denn Probleme mit der Barrierefreiheit oder mit Barrieren auf. Was aber im Zuge der Pandemie auch ganz stark aufgefallen ist, weil ja wirklich jeder, wenn er noch irgendwas machen wollte, gezwungen war, sich digital zu beteiligen. Es gibt viele, viele, viele Mängel bezogen auf unterschiedliche Beeinträchtigungen. Es ist einfach so, dass die gesetzlichen Grundlagen und auch die Standards ganz stark fokussiert sind, und das ist auch richtig so, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, auf die Bedürfnisse von Sehbehinderten und Blinden. Weil die natürlich, wenn keine Zugänglichkeit gegeben ist für sie, für ihre Hilfsmittel, Screenreader, Vergrößerungssoftware und Ähnliches vollkommen ausgeschlossen sind. Dabei wird aber ein bisschen übersehen, dass es noch ganz, ganz viele andere Beeinträchtigungen gibt, für die auch Barrierefreiheit oder für die auch Barrieren existieren, mit denen man umgehen muss und die man unter Umständen beseitigen muss. Also ich spreche da einmal natürlich für die ganze Gruppe der Herrgeschädigten. Ich spreche da auch in Teilen aus eigener Erfahrung. Ich spreche da aber auch nochmal für Menschen, die neurodivers sind oder auch welche, die einfach nicht so belastbar sind, mittlerweile beispielsweise auch durch Long-Covid-Fatig oder Ähnliches haben. Das führt auch teilweise dazu, dass es ganz widersprüchliche Anforderungen an Zugänglichkeit gibt, die ich bisher auch ganz wenig thematisiert gefunden habe. Ich habe mittlerweile, ich sagte es ja eben schon, bin ja schon ein paar Jahre unterwegs mit dem Thema barrierefreie Videokonferenzen. Und wenn man da tiefer eintaucht, stellt man einfach fest, dass nur so als Beispiel sowohl blinde und hörgeschädigte Menschen, also insbesondere dann, wenn es um die Nutzung von Gebärdensprachdolmetscherinnen und Dolmetschern geht, als auch, sage ich mal, gehörlose und neurodiverse Menschen wirklich widersprüchliche Anforderungen an das Tool haben. Bei den Blinden und auch bei den Sehbehinderten generell ist es verständlicherweise so, da soll alles möglichst fest und geordnet sein. Wenn ich Gebärdensprachdolmetscherinnen brauche, brauche ich eigentlich alles so flexibel wie möglich. Ich möchte gerne alle Fenster da anordnen können, wo ich sie brauche. Das ist nur ein Beispiel. Der letzte Punkt, den die Pandemie auch deutlich gezeigt hat, ist einer, der mir auch ganz wichtig ist, der auch was damit zu tun hat, mit dem Verständnis von Behinderung und was machen eigentlich Behinderte in unserer Gesellschaft, was dürfen sie, wie verstehen wir sie. Das ist nämlich dieses, dass behinderte Menschen ganz oft nur als, ja, im schlimmsten Falle Patienten, vielleicht noch Schüler oder Studenten wahrgenommen werden, also als diejenigen, denen man irgendwie was beibringt, hilft und so weiter. Das stimmt aber überhaupt nicht mehr. In dem Moment, wo ich zum Beispiel eine Videokonferenz leite, und das tue ich relativ häufig, habe ich ganz andere Anforderungen als beispielsweise ein Student oder eine Studentin, die in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen, nur einer Vorlesung oder Lehrveranstaltung folgen will, selbst wenn wir beide mit Gebärdensprachdolmetscherinnen unterwegs sind. So, das ist also, wie gesagt, die Pandemie hat es an den Tag gebracht und man kann es vielleicht so zusammenfassen, es gibt definitiv keine Barrierefreiheit für alle, eigentlich gibt es im Digitalen für niemanden wirklich Barrierefreiheit. Es gibt viele verschiedene Arten von Problemen, die so das Leben erst zeigt und das Ganze hat tatsächlich eine ganz hohe Komplexität und Dynamik, weil man bemüht sich ja immer wieder um Lösungen, aber ganz oft um individuelle Einzellösungen, die beim nächsten Update irgendeiner der beteiligten Systeme oder Software dann oft wieder vorbei sind. Da ist dann natürlich die Frage, was könnte dafür mittel- und langfristig eine Lösung sein? Also, dass das, wofür ich hier plädiere, keine kurzfristige Angelegenheit ist, ist mir auch klar. Darüber mache ich mir auch schon länger einen Kopf und ich habe das mal als Schlagwort eben unter Open Accessibility als prinzipielle Lösung zusammengefasst. Das ist genau diese Suche nach prinzipiellen Ansätzen und Lösungen, eben gerade in und für, deswegen halte ich den Vortrag auch hier und nicht woanders, Open Source Software und Systeme. Open Source steht hier immer für freie und Open Source Software und Systeme. Da wäre mein Ding, dass es da eine Basis für geben muss, nämlich einmal der Anspruch ist, digitale Teilhabe für alle, wirklich für alle Menschen mit Beeinträchtigungen und eben auch sich Gedanken zu machen über diese widersprüchlichen Anforderungen, auf die ich eben schon hingedeutet habe und eben auch und alles eben auch diese verschiedenen Rollen zu berücksichtigen, in denen eben, also dass auch Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigungen schlicht alles machen wollen, was andere Menschen auch machen. Und dafür auch ein Recht haben. Also die Grundlage muss ganz bestimmt ein menschenrechtliches Verständnis von Behinderung sein. Das Stichwort, was Sie wahrscheinlich alle kennen, ist hier die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja nur die allgemeinen Menschenrechte nochmal ausbuchstabiert. Und was aus meiner Sicht da neben dem Bildungsbereich ja so, ja, man muss es sagen, verrufenden Stichwort Inklusion mir ganz wichtig ist, sind eben Partizipation und Empowerment, also wirklich aktive Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen überall. Und dazu gehört als Basis wohlgemerkt, als Denkrichtung, auch ein breites Verständnis von Zugänglichkeit und Barrierefreiheit. Also ich plädiere hier nicht nur für technische Lösungen. Mir ist vollkommen klar, dass technische Lösungen nicht ausreichen, beziehungsweise dass man mit Technik nicht jedes Problem lösen kann, sondern es braucht auch andere Lösungen, beziehungsweise teilweise eine Kombination von Lösungen, das in Richtung A, einmal, also neben Technik, Kommunikation und auch Organisation. Die zweite Sache ist klar, da brauche ich hier nicht viel zu zu sagen, die zweite Basis für Open Accessibility, deswegen heißt es ja Open, es bezieht sich auf freie, beziehungsweise Open-Source-Software und Systeme. Offenheit als Prinzip brauche ich hier wirklich nicht zu zu sagen. Der Grund, weshalb ich denke, dass es neben der Frage der Offenheit als Prinzip sinnvoll ist, sich darauf zu konzentrieren, ist die zunehmende Nutzung von Open-Source-Software und Systemen, auch auf dem Desktop-Beziehungsweise, vor allen Dingen ja auf Mobilgeräten, wie wir alle wissen. Und natürlich auch das zunehmende Interesse an digitaler Souveränität. Ich war gestern bei der Keynote auch sehr angetan, dass es da und auch in welcher Weise es da auch um digitale Souveränität geht und ging. Und ich sage mal, jetzt mit dem Ukraine-Krieg und dem Problem mit den Lieferketten und allem, was damit politisch zusammenhängt, ist es natürlich klar, dass auch politisch digitale Souveränität tatsächlich eine immer größere Rolle spielt. Und ich hoffe, dass das auch noch mehr wird. Denken ist jetzt das eine, was tun ist natürlich was anderes. Und ich hatte nun das Glück, dass mit dieser Institutsgründung einhergehend ich die Möglichkeit hatte, auch ein Projekt zu beantragen in Bremen. Das heißt, in der gar nicht so kurzen Kurzfassung Evaluationsprojekt, der offizielle Titel ist der, der hier auch auf der Folie steht, Digitale Teilhabe im Arbeitsleben durch partizipative Evaluation. Und in diesem Projektantrag konnte ich ein paar der Ideen, die ich gerade skizziert habe, schon verarbeiten. Und das Projekt ist tatsächlich relativ schnell entschieden worden, dass es gefördert wird. Tatsächlich hat es offiziell Anfang dieses Jahres angefangen, läuft. Fünf Jahre wird vom AFIP, vom Amt für Versorgung und Integration Bremen gefördert, mit Mitteln aus der Ausgleichsabgabe. Ausgleichsabgabe ist das Geld, was Unternehmen bezahlen müssen, wenn sie die gesetzlichen Auflagen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nicht erfüllen. Also keine Steuermittel, sondern Ausgleichsabgabe. Und das Projekt hat, je nachdem, ob wir die Stellen als ganze oder halbe Stellen besetzen und was wir da noch zusätzlich für Möglichkeiten haben, sechs bis acht Mitarbeiterinnen. Also aktuell gerade sechs, aber es werden noch mehr. Unser angestrebtes Ergebnis in diesem Projekt ist das sogenannte Prozessmodell partizipativer Evaluation, eben zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Open Source Software und Systemen in dem Sinne, den ich gerade skizziert habe. Und da das ja eine sehr große und sehr breite Nummer ist und da das politisch so gewünscht war, konzentrieren wir uns erst mal auf den Standardarbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung. Das ist auch keine große Einschränkung, muss ich ehrlich sagen. Ganz kurz, der eine oder die andere von Ihnen weiß das vielleicht. Wir haben da im Norden, also Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, ja, Dataport als Dienstleister der öffentlichen Verwaltung. Und Dataport arbeitet ja schon einige Zeit und das wird jetzt immer, sag ich mal, aktueller am Projekt Phoenix, beziehungsweise mittlerweile D-Phoenix, mit dem Sie eben diesen Standardarbeitsplatz der öffentlichen Verwaltung komplett von Windows weg auf wieder mal Open Source Software umstellen wollen. Und da spielt natürlich die Frage der Barrierefreiheit nach innen wie nach außen eine ganz, ganz große Rolle. Ich persönlich finde das mit dem Standardarbeitsplatz aber auch gar nicht schlecht, weil das ist einfach ein Büroarbeitsplatz. Den braucht man auch für jede Art von Wissensarbeit und an jeder anderen Stelle. Also es ist auch kein Schaden, wenn man sagt, okay, man konzentriert sich da drauf. Und nur um ein paar Stichworte zu nennen, also als Programme enthalten in diesem D-Phoenix-Projekt und in diesem Standardarbeitsplatz natürlich eine Online-Version von LibreOffice. Die Univention-Zugangsregelungssoftware, deren Namen ich gerade vergessen habe, ist mit dabei. Jitsi erstaunlicherweise ist mit dabei und solche Programme spielen da eine Rolle. Browser, E-Mail und so weiter. So, und was wollen wir jetzt im Projekt machen? Unser ganz primärer Ansatz ist das Erheben von Use Cases, von echten Use Cases und das Testen. Und zwar Testen wirklich im echten Leben. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen als allererstes erstmal Probleme überhaupt allgemein sichtbar machen. Das scheint uns ganz, ganz wichtig, also dass man auch überhaupt sprachfähig wird darüber. Und zwar in beide Richtungen. Sowohl von den Anwendern her, die ja auch oft nur sagen können, funktioniert nicht. Und gar nicht klar ist, warum es jetzt nicht funktioniert. Aber auch eben in Richtung verantwortliche Entwickler und so weiter. Und was immer und immer und immer wieder jeden Tag, jede Stunde eine Rolle spielt, ist tatsächlich Bewusstsein dafür schaffen. Wo es eigentlich überall und für wen auch es überall Barrieren gibt. Weil das betrifft tatsächlich längst nicht nur Menschen mit Behinderungen. An manchen Stellen ist tatsächlich zumindest im Norden die öffentliche Verwaltung da auch schon relativ weit. Weil die so viel mit Migranten zu tun haben. Also mit Sprachproblemen. Also Migranten vor allen Dingen auch im Sinne von Flüchtlingen. Wo man also auch, sag ich mal, zunächst mal gar nicht erwarten kann, dass die sich auf Deutsch oder auf Englisch verständigen. Was wir in diesem Zug, also Use Cases muss ich vielleicht auch nochmal sagen, wir haben tatsächlich die Absicht, recht systematisch, soweit das möglich ist, Use Cases zu erheben von Menschen, die jetzt mit Beeinträchtigungen, die jetzt schon in der Verwaltung arbeiten und da eben Probleme haben. Wir haben ganz enge Kontakte zu den jeweiligen Schwerbehindertenbeauftragten auf Landesebene in Bremen. Das ist auch nicht so problematisch, weil Bremen ist nicht so groß. Und wir versuchen auch das aufzubauen für die anderen Bundesländer, die da noch Rolle spielen, um einfach tatsächlich sagen zu können, ja wo liegen denn die Probleme? Dann ist es so, dass wir selbst ein Use Case sind, denn die von mir erwähnten, eben erwähnten Mitarbeiter in diesem Projekt sind auch größtenteils Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen und zwar mit ganz unterschiedlichen, sodass wir also auch unser eigenes Use Cases bilden können. Wir werden jetzt spätestens ab Oktober da auch einen systematischen Feldversuch starten. Im Moment beschäftigen wir uns tatsächlich weiterhin ganz intensiv mit BigBlueButton beziehungsweise der Videokonferenzfrage, einfach weil neben mir noch zwei weitere gehörlose Mitarbeiterinnen, die Gebärdensprachdolmetscherinnen brauchen, dabei sind. Und das ist nach wie vor nicht einfach, um das mal vorsichtig auszudrücken. So, was wir dann natürlich neben Use Cases und eben möglichst systematischem Testen, aber wir reden hier eben über User Test, Integration Test und Ähnliches machen wollen, ist natürlich Bug Reports abzugeben und Feature Request zu stellen. Ich hatte im Vorfeld mit einigen Projekten, Schwerpunkt auch da LibreOffice gesprochen und die haben mir alle gesagt, wir haben doch einen Bug-Tracker in irgendeiner Form und in der Regel hat der auch eine Flag-Accessibility-Bugs. Und wenn sich da alleine mal jemand systematisch drum kümmern würde, wäre das schon ein Fortschritt. Deswegen, da sind wir noch im Gespräch, wie wir das am besten machen, aber das beabsichtigen wir auch. Naja, und wir wollen natürlich die Tests und Evaluationsverfahren weiterentwickeln, beziehungsweise an manchen Stellen sieht es so aus, als müssten wir überhaupt erst mal welche entwickeln. Und perspektivisch, da wird es aber auch schon wieder kritisch, verallgemeinerte Anforderungen an digitale Zugänglichkeit für alle bereitstellen. Also kritisch wird es da an der Stelle mit der verallgemeinerten. Aber das ist auch noch Zukunftsmusik, also wirklich die ersten beiden Punkte, Probleme sichtbar machen, Bewusstsein schaffen, sind nach unserer bisherigen Erfahrung wirklich die entscheidenden. Und jetzt komme ich nämlich zu dem, worauf es mir hier und heute besonders, nicht nur hier und heute, aber hier auch besonders ankommt. Wir haben mehrere Forschungsfragen in dem Projekt, also es ist insgesamt so ohnehin ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Und eine der ganz wesentlichen Forschungsfragen ist eben, was brauchen Open Source, die unterschiedlichen Open Source Communities zur Verbesserung der Zugänglichkeit wirklich, beziehungsweise was können sie gebrauchen? Und wie kommen wir da hin? Davon, dass ich hier rede, ist zwar ein mini kleiner erster Schritt getan, aber mir ist auch klar, dass da noch sehr, sehr langer Weg ist und sehr viel zu tun. Und ich habe dann für den Vortrag hier heute mal versucht, das zu systematisieren. Und das ist auch genau das, wo ich über jede Rückmeldung von Ihnen dankbar bin. Das ist natürlich an ganz vielen Stellen nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern ist eigentlich eine Zusammenfassung der Gespräche und Diskussionen, die ich schon hatte. Es gibt aus meiner Sicht fünf mögliche Ansätze, die sich teilweise überschneiden und die sich ganz sicher nicht gegenseitig ausschließen, sondern ganz im Gegenteil wahrscheinlich alle ihre Berechtigung haben. Der erste ist der formale Ansatz, auf den ich ja ganz am Anfang schon mal referenziert hatte. Was verstehe ich darunter? Standards oder Gesetze? Da gibt es ja einige Beispiele. Ich entschuldige mich auch für den Monster an Abkürzungen hier. W3C Web Accessibility Initiative ist den meisten bekannt als Web Accessibility Guidelines. Tatsächlich gibt es aber nicht nur die Guidelines, die eben für Webseiten gelten, sondern es gibt da wirklich eine Initiative, die sich mittlerweile auch um einiges anderes kümmert. und das W3C, klar, da geht es um Internet. BITV ist die barrierefreie Informationstechnikverordnung in Deutschland. Auch das dürfte bekannt sein. ADA, American, Americans with Disability Act, genau so. Das ist die amerikanische Gesetzgebung, die ja viel, viel weiter ist als die europäische oder die deutsche. Die Deutschen haben dann noch das allgemeine Gleichstellungsgesetz, was aber aus guten Gründen in der Kritik ist. Und dann natürlich die immerhin weltweit geltende UN-Behindertenrechtskonvention. Problem bei Standards und Gesetzen ist, die Entwicklung und die Etablierung dauern lange. Und gerade Standards neigen dazu, schon veraltet zu sein, wenn sie in Kraft gesetzt werden. Ich weiß das selber ganz genau, weil ich habe viele, viele, viele Jahre auf europäischer Ebene selber auch an der Entwicklung von Standards mitgearbeitet. Und das entscheidende Problem dabei ist auch, wer setzt die eigentlich wie durch? Und vor allen Dingen, wenn wir über Open Source Software reden, reden wir ja mehr oder minder über weltweit Durchsetzung, beziehungsweise wir reden eben auch über weltweite Nutzung dabei. Und mit der Durchsetzung, da kann man echt nur Fragezeichen dran machen, aus meiner Sicht. Dann gibt es einen Ansatz, der mir persönlich überhaupt nicht passt. Das ist der Druckansatz. Vorgaben durch Plattformen oder ähnliche Player. Das Beispiel schlechthin im Moment ist Google, wo manche sagen, das ist ein gutes Beispiel, weil Google hat ja vor einiger Zeit seine Richtlinien geändert und drängt tatsächlich die Webseitenbauer hin zu mehr Barrierefreiheit. Und das hat aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht relativ wenig damit zu tun, dass Google Menschen mit Behinderungen besser berücksichtigen will, sondern schlicht damit, dass die ganzen Maschinen und Algorithmen bei Google ja eben auch blind und taub sind und dadurch Webseiten viel besser auslesbar sind, wenn sie barrierefrei sind. Und da kann man natürlich fragen, wer ist das eigentlich, der oder die hier bestimmen und zu welchen Zwecken. Ich empfehle als Lektüre, soweit noch nicht geschehen, hier Shoshana Zuboff zum Überwachungskapitalismus. Und sage ausdrücklich, aus meiner Sicht ist das entschieden kein zu präferierender Ansatz. Trotzdem gibt es sie. So, dann der individuelle Ansatz, da war ich schon ganz kurz, der muss auch auf jeden Fall sein, aber der reicht auch nicht. Sensibilisieren und Aufschlauen von Menschen, das ist ja genau das Phänomen, was wir alle kennen. Ganz oft sind es Menschen, die jemanden kennen, der eine Beeinträchtigung hat oder die selber eine Beeinträchtigung haben, so wie ich auch, die sich überhaupt um diese Frage kümmern. Aber das reicht einfach nicht und es ist auch nicht sinnvoll, dass es so ist, zumindest nicht, wenn man dauerhaft zu so etwas wie digitaler Zugänglichkeit kommen will. Zumal die Gefahr von Vergessen, Versanden und vor allen Dingen von Einzelkämpfertum ganz, ganz groß ist. Also da gibt es nun wirklich unendlich viele Beispiele. Deswegen muss sein, keine Frage, ja, ich war auch deswegen gestern bei der Keynote sehr, sehr froh um diese Idee, Musikschulen für Informatiker, weil da könnten dann solche Themen auch nochmal, natürlich nur am Rande, es wird immer nur am Rande sein, aber immerhin eine Rolle spielen. Dann der direkte Ansatz, den hatten wir auch schon, weil ich ja den für das Evaluationsprojekt, wir den auch wählen, das ist natürlich dann die Sache, sich als Einzelner oder als Team um sowas wie Bug Reports, Feature Requests, Testen, Qualitätssicherung zu kümmern. Tatsächlich ist der Unterschied in den Communities und den Projekten und Programmen, die ich kenne, mit solchen Fragen extrem unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt welche, die da recht aktiv sind und wo Accessibility Bugs auch eine große Rolle spielen und entsprechend priorisiert werden, wo sogar unter Umständen irgendwoher Geld da ist, um solche Dinge zu bearbeiten. Und es gibt andere, ja, da gibt es zwar die Flag dafür, aber ansonsten, ja, es kümmert sich halt keiner darum. Und das ist auch das Problem. Wer berücksichtigt solche Bugs und solche Feature Requests, zumal es ja ganz oft heißt, hm, wer braucht das denn schon? Das sind ja ganz wenige, die das betrifft. Und wer vor allen Dingen setzt das dauerhaft um? Und auch auf der anderen Seite, das muss man auch der Fairness halber sagen, es gibt natürlich auch nur relativ wenig Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, die ihrerseits das machen, also Bug Reports zum Beispiel abzugeben. Da kommt man ja auch dann wieder ganz schnell zu den üblichen Hindernissen, die es dabei gibt. Und sei es nur, dass das auf Englisch geschehen muss. Und tatsächlich kommt man da auch ganz oft an die Frage, viele wissen gar nicht, was Open Source Software ist und dass man da Bug Reports aufgeben kann. Also das ist eine beiderseitige Sache. Und auch das, was ich vorhin hatte mit dem Sensibilisieren und Aufschlauen, geht auch teilweise in Richtung Menschen mit Beeinträchtigungen über Open Source. So, und dann noch der letzte, der Community-Ansatz. Und dann bin ich übrigens tatsächlich auch fertig. Das ist, sag ich mal, aus meiner Sicht etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass nämlich generell bei Open Source Software Usability und Accessibility eine größere Rolle spielen müssen. Ich glaube, wir wissen alle, dass das Thema Usability in Open Source Programmen oft eine untergeordnete Rolle spielt, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und damit einher geht natürlich auch oftmals ein völliges Unkenntnis schlicht von Accessibility. Das ist dem jeweils Einzelnen oder der Einzelnen auch gar nicht vorzuwerfen. Und was ich hier meine mit in den Prozessen, ist etwas, ist eigentlich was Doppeltes. Nämlich einmal die Frage, wenn es neue Projekte, neue Software gibt, wird da eigentlich von vornherein dran gedacht. Denn es gibt immer wieder Projekte, in denen, die sind relativ, also deren Produkte sind relativ barrierefrei. Und wenn man dem nachgeht, warum das eigentlich so ist, ist es nach meiner Erfahrung oftmals so, dass es dann einen meistens männlichen Gründer dieser Nummer gibt oder vielleicht noch mehrere, die dann sagen, ist doch klar, ist doch selbstverständlich. Also ich habe dafür mal das Stichwort gelesen, das ist halt in der DNA des Projekts verankert. Ein ganz typisches nicht Open Source Ding dafür ist Apple, also die Betriebssysteme von Apple. Da ist es auch unglaublich schwierig, rauszufinden, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich habe da mal richtig Arbeit reingesteckt und es ist tatsächlich nicht nur, nicht nur darauf zurückzuführen, dass Apple ja mit seinen Betriebssystemen von Anfang an ganz viel Wert auf Usability gelegt hat, sondern da steckt eindeutig noch mehr hinter und es steckt halt von Anfang an da drin. Und es gibt auch im Open Source Bereich, habe ich schon Projekte gefunden, wo es tatsächlich dieses in der DNA ist. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo es eben auch, sag ich mal, wie gesagt, die von Unkenntnis geprägt sind und wo auch teilweise gesagt wird, Usability, das brauchen wir doch nicht, unsere Zielgruppe braucht das nicht. Das wage ich mal zu bezweifeln, egal wer die Zielgruppe ist, aber es ist so. Und das Zweite, also ich sage mal so, in den Prozessen, das war also so das Ding, wenn eine Software neu gemacht wird oder grundlegend überarbeitet, Usability und Accessibility von Anfang an. Das andere, was dabei aber auch wichtig ist, ist, dass es in den Communities und bei der Arbeit an den Open Source Software, die ja immer weiterentwickelt wird, meines Erachtens mehr selbstverständliches, also selbstverständliches, auch kontrollieren, testen und so weiter, der Usability und Accessibility in den laufenden Prozessen geben muss. Also ich weiß, es gibt automatisierte Testverfahren für so ein paar grundsätzliche Dinge, ja, aber ich weiß auch, dass es, also das beispielsweise Akzeptanz-Test und Usability-Test eben nicht die Regel sind. Und da sehe ich durchaus Möglichkeiten, sage ich mal, einzugreifen, zumal die Offenheit in der Regel vorhanden ist. Ich habe also auch einen, vor kurzem einen Podcast nicht gehört, aber hören lassen, wo ein wichtiger Mensch von Red Hat mehr oder minder verzweifelt sagte, wir brauchen mehr Input, gerade was dieses Thema Barrierefreiheit, Anforderungen und so weiter angeht, der fehlt uns einfach. Wir sind aber bereit, darauf zu hören. und was ich eben schon gesagt habe, ist, im Moment sehe ich noch, dass die dauerhafte Umsetzung des Ganzen schwierig ist. So, und jetzt ist es aber halt eben so, dass wir mit unserem Evaluationsprojekt, das ist meine letzte Folie, und das ist, wie Sie sehen, eine Wiederholung dessen, was wir schon hatten, nämlich die Zusammenfassung der Ansätze. Wir sind jetzt halt mit unserem Evaluationsprojekt so weit, dass wir wirklich mit der Arbeit anfangen können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind größtenteils an Bord und was wir sicherlich machen werden, ist eben das Erheben von Use Cases und auch anfangen mit Testen, aber meine Frage, die ich auch hier gerne in die Runde stelle, ist, was denken Sie, was neben dem Bug Reports Feature Request noch sinnvoll sein könnte. Und um da noch eine ganz konkrete Frage anzuschließen, die den letzten Punkt betrifft, Community, also Communities, es gibt da ja, also beides habe ich schon gehört, nämlich einmal das Ding, man muss, also in diesem Fall jetzt wir mit unserem Evaluationsprojekt, mit den einzelnen Communities möglichst zusammenarbeiten und sich dort einbringen. Ich habe aber auch schon die Idee gehört, also unter anderem auch in dem gerade von mir schon erwähnten Podcast mit dem Red Hat Menschen, nee, es braucht eine eigene Community, in der eben sowas wie Anforderungen zusammengesammelt werden, Use Cases und so weiter und so fort. Ja, das ist meine Frage an Sie, aber gerne auch Fragen von Ihnen an mich. Hier unten sind zwei Meldungen. Warten Sie mal eben, damit das nämlich auch Na, ich habe ja meine Domitscherin mitgebracht, also sprechen Sie einfach und Ob Sie verstehen, was ich sage. Also ich bin vom LaTeX-Team und wir produzieren Dokumente und haben deswegen mit Barrierefreiheit eigentlich nur im Zusammenhang mit der Erstellung von barrierefreien Dokumenten zu tun, nicht wirklich Usability von Software. Aber ich bin dort in einem Projekt beteiligt, wo wir das Taggen von PDF ermöglichen wollen und von uns aus, also für uns am wichtigsten, ist direkte Rückmeldungen, Bug Reports, Future Requests und Rückmeldungen von Leuten, was funktioniert und was funktioniert nicht. Standard sind ganz nett und aber das wirklich Wichtigste für uns ist Rückmeldungen, würde ich sagen. Okay, vielen Dank. Ich manage das mal hier unten, ja? Gerne auch die Maske kurz abmachen, ja? Ja, gut. Ja. Mir ist gerade eine Idee gekommen, wie man Community vielleicht helfen kann und Bewusstsein schaffen kann über ein technisches Hilfsmittel jetzt und zwar, es gibt ja so Umweltsimulatoren für Menschen mit Behinderung, da haben normale Menschen so einen Astronautenanzug an und Gewichte an den Beinen, dass man sowas auch für grafische Prozesse machen könnte, für Desktops und meine Idee wäre, es gibt VNC, ich weiß nicht, ob es VNC, wenn Sie das kennen, damit kann man Desktops remote auf andere machen, also auf einen Computer und dass man in diesen Klienten Störungen einbaut, zum Beispiel Rot-Grün-Blindheit oder sowas, oder dass man alles verschwommen wird, damit es für die Entwickler sehr einfach zu sehen ist, was ihnen wichtig ist oder was die Störung ist. Das ist nur so als Idee. Ja, ja, ich meine, das ist jetzt nicht ohne weiteres zu realisieren, aber Sie haben recht, weil eins der großen Probleme, mit denen wir ja immer wieder kämpfen, ist ja diese Unsichtbarkeit dieser Barrieren. Und ich sage mal so, ich kann tatsächlich problemlos darüber reden, was die Probleme mit Gebärdensprachdolmetscherinnen in Videokonferenzen sind. Ich habe aber schon Probleme, darüber zu reden, was die Probleme mit Untertiteln in Videokonferenzen sind, weil ich die normalerweise nicht benutze. Und selbst ich kann Ihnen doch nicht sagen, was das Problem für einen Sehbehinderten ist. Und deswegen, ja, genau, das wäre sicherlich eine gute Idee. Musste man nur mal überlegen, wie man das, das ist ein Extraprojekt. Ja, Sie haben einen Kollegen in dem Informatik-Lehrstuhl, vielleicht kann ein anderer Professor ein Projekt für Studenten draus machen. Ja, okay, wunderbar, Dankeschön. Standards und Community bei den Webstandards, da gibt es auch eine ganze Menge Mängel eigentlich noch und da ist im Moment die ActRule Community Group relativ aktiv vernünftige Regeln zu entwickeln mit den ActRule Community Group. Regeln zu entwickeln, wie man Webseiten auf barrierefreier testen kann, die auch wirklich für Laien durch exerzierbar sind. Da kann ich gerne auch mal einen Kontakt zu dem Leiter herstellen, weil ich habe auch über das Thema, wie man diese Regeln maschinenlesbar darstellen kann, promoviert an der Uni Bremen. Da können wir uns gerne auch noch mal separat drüber unterhalten. sehr gerne. Das ist gemein, dass ich hier immer rumlaufe. Okay, wenn Sie keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen mehr haben oder gerne das nicht in der großen Runde sagen möchten, ich bin noch ein bisschen da, meine Dolmetscherinnen auch, also das ist nicht das Thema. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie am Sonntagmorgen zu so relativ früher Stunde hier waren und ja, bis nächstes Jahr hoffentlich. Applaus 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 Vielen Dank.